Hallo zusammen, mein Name ist Cinsa, ich bin 18 und mache meine KV-Lehrt im Bauhaus. Ich bin aktuell im dritten Lehrjahr und bis jetzt darf ich im Marketing, im Einkauf, im Personalwesen und jetzt soll ich in der Buchhaltung arbeiten. Was man für den Beruf mitbringen muss, ist auf jeden Fall Teamfähigkeit, dass man gerne im Computer arbeitet und gerne organisiert. Das Lustigste, was mir in meiner Lehre passiert ist bis jetzt, ist, dass ich aus Versehen den Alarm ausgelöst habe im Büro. Ein Klischee, das man über den Beruf die ganze Zeit gehört, ist auf jeden Fall, dass die im Büro nur am Kaffee trinken sind. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich freue mich sehr, dieses Jahr bei den Swissgills teilzunehmen und hoffe, ihr kommt auch vorbei.